Wo ist er? Ich weiss nicht, wo ich mich sonst verstecken. Oh shit, hast du das gehört? Stopp! Komm, ich bin schrank! Ja, schnapp, schnapp! Das ist ein super absurd. Mein Gott, ja, schnapp! Wo sind die da? Oh, nein! Ich habe etwas gehört! Was gibt's denn da zum Lachen? Ich bin ein Güller! Ich habe noch ein Messer in der Hand! Ein Messer! Ich kann nicht mal atmen! Ich bin ein Mörder! Was darfst du nicht? Es ist so unfair, Alter! Haha, wir sterben entweder im Schrank oder du fähigst! Halt bitte mich auf, es ist immer das gleiche! Ja, warte ich so! Nein, da! Jetzt lehren wir mal, wieso ihr hier im Rektorat seid. Wer hat die Rektor... Ja wirklich keine Ahnung. Diese Lehrerin ist etwas sauer geworden. Frau Heverfinger, eure Ersatzlehrerin, hat mir erzählt, dass ihr sie einfach respektlos beleidigt habt. Was? Beleidigt? Wir haben nichts gesagt, nichts, wirklich! Die lügt euch! Sie ist die, die uns beleidigt hat. Sie hat angefangen mit, ah, die benehmen dich wie Kinder, aber dann hat sie uns Arschlöcher genannt und ist der Scheisser gewünscht, sie ist ausgetickt. Ah ja, dann hören wir mal, was Frau Haferfinger zu sagen hat. Frau Haferfinger? Ja, ähm, es ist Frau Hefelfinger. Okay, Frau Hefelfinger, was ist passiert? Ja, ich habe mir vorgestellt, habe gesagt, ich heisse Frau Hefelfinger und dass ich ihren Leon, den Herr Müller ersetze. Ersetze. Und danach haben sie einfach angefangen zu lachen, wie jetzt. Hey, ein kleines Respekt ist heute leider drin. Nein, 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 kein Respekt vor mir! Mir? Was, jetzt fangen sie auch an, oh, Kinder hier, oh, Arschlöcher! Von Heikinos. Das passiert ja, ich hoffe, wir lieben uns immer weiter. Jeder, wo etwas sagt, weiß ein bisschen nieder. Du bist mein Fertig mit dem Ritter. Das passiert ja.